2013 stellte Kverneland seine leichte Kurzscheibeneggen-Baureihe QualiDisk Pharma vor, die nun seit Anfang 2015 in Produktion ist. Die Geräte sind mit kleineren Scheiben ausgerüstet, daher gut 10 bis 15 Prozent leichter als die normalen QualiDisk Kurzscheibeneggen. Bei der klappbaren 4 Meter breiten Variante macht der Gewichtsunterschied immerhin fast 400 Kilogramm aus. Traction hat die QualiDisk Pharma 4000F auf zwei Standorten in der Stoppelbearbeitung eingesetzt. Die QualiDisk Pharma verwendet gezahnte, konisch geformte Scheiben mit 520 Millimeter Durchmesser und 12,5 Zentimeter Strichabstand. Damit sind rund 12 Zentimeter maximale Arbeitstiefe möglich, wobei im Praxiseinsatz sowohl auf leichten wie auch mittelschweren Standorten bereits bei 5 Zentimeter Arbeitstiefe der Boden ganzflächig bearbeitet wurde. Stoppelkämme blieben kaum stehen. Dank der chronischen Form und des geringen Anstellwinkels ist der Wurfwinkel der Scheiben flach, was sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 20 kmh zulässt. Dennoch stimmt das Mischergebnis auch bei 12 bis 15 kmh. Die Scheiben sind einzeln aufgehängt und mit Gummielementen überlastgesichert. Die Lagerzapfen stecken jeweils in wartungsfreien Doppel-Axial-Schrägkugellagern mit fünffacher Kassettenabdichtung. Serienmäßig wird die Arbeitstiefe hydraulisch eingestellt, wobei sogenannte Spacer die maximale Arbeitstiefe vorgeben. Auf Wunsch und Gegenpreisminderung ist auch eine rein mechanische Arbeitstiefenverstellung mit Spacern lieferbar. Der vom CLC stammende Hauptrahmen ist identisch zur QualiDisc. Allerdings ist die Walzenaufnahme nicht aus Vierkantrohren, sondern aus gelaserten Profilen gefertigt. An Nachläufern können je nach Einsatzspektrum und Standort fünf verschiedene Varianten von der Rohrstabwalze bis zum geschlossenen Stahlpacker geordert werden. Die Testmaschine hatte die 580 mm ActiFlex-Walze verbaut, die es mit 60 mm breiten gewalzten Profilen auf rund 160 kg je Meter Arbeitsbreite bringt. Die Rückverfestigung erfolgt eher oberflächlich, bei höheren Fahrgeschwindigkeiten wirft die Walze sehr viel Feinerde auf. Positiv fiel auf, dass die QualiDisc Pharma 4000F dank serienmäßiger Abstellstützen auch eingeklappt abgestellt werden kann. Den ausführlichen sechsseitigen Testbericht mit allen Details und Bewertungen lesen Sie in Traction, Ausgabe September-Oktober 2015. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.